Die Kinder anbeten die Knie, erledet die Hände und anbetet die Sied. Die Freude in den Winter, versorgt sie mit Freude, die Freude zum Jubel der Engel in Heid. Die Freude in den Winter, versorgt sie mit Freude in den Winter, versorgt sie mit Freude in den Winter, versorgt sie mit Freude in den Winter, die Freude in den Winter. Nur selten gelingt es den Leuten, die Bahn der Sterne richtig zu deuten. Doch die Travaisen aus fernem Lande waren dazu, wie ihr wisst, im Stamm. So ist es, Pauch, so ist die Sitte. Hört unser Wort, hört unsere Bitte. Wir wollen künden euch von dem, was einst geschah in Bethlehem. Christus, der Heiland, kam zur Erde, damit die Welt erleuchtet werde. Jesus ist geboren, in Wiese, im Mund, überall. Jesus ist geboren. In Wiese, in Wiese, in Wiese, im Mund, überall. Und wir wollen es um 100.000. Auch heute gibt es viele Leute in der Welt. Um Unrecht zu nennen, sollen wir Geld. Ihre Spende geht an Menschen in vielen Ländern, um dort deren Leben zu bessern und zu ändern. Ihr Beitrag hilft auch schon zu bauen und unterstützt gedrohte Männer und Frauen. Was hätten die Waisen denn alle gebracht, bloß ohne ihren Termin gemacht? So wie wir sie zur Krippe gebracht haben, bringt Gottes Licht in die dunkle Nacht. Wir Waisen bringen Botschaft und Sehnen und ziehen dann weiter auf unseren Weg. Gottes Segen und Liebe im neuen Jahr. Kaspar, welcher? Walter Sack. Der Kassier und der Sternträger auch. Das Team laufen дела. Wer würde uns schalten? Los heomes. Der comunque wurde uns kleineserblematischen Bausache. Der поним recommenden Sie auch. Wer würde uns kommen, letzte Mal im neuen Jahr. Wer würde uns schlimmer, schaut mal nichtibletzen kann? Und wieder, 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 wieder.